Es werden wieder mehr. Laut Meldungen der österreichischen Gesundheitskasse sind aktuell über 250.700 Menschen krank gemeldet. Nicht inkludiert sind dabei Schüler, Selbstständige und Pensionisten. Über 1.600 Österreicher leiden derzeit an der echten Grippe. Auffällig, im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit lediglich 233. Es sind jetzt um 614 Prozent mehr. Der Virologe Norbert Nowotny sagt zur Tageszeitung Österreich, die Zahl sei so stark angestiegen, einfach weil die Maske weggefallen sei. Auch Corona-Infektionen schießen im Vergleich zu 2022 gerade in die Höhe. Aktuell sind es über 10.600 Krankenstände wegen Covid. Im Vorjahr waren es um ein Drittel weniger. Die neue aggressive Variante XBB 1.5 breitet sich immer mehr aus. Die wahre Zahl der Ansteckungen ist wohl um ein Vielfaches höher, denn die Zahl der Covid-Tests hat im vergangenen Jahr drastisch abgenommen.